Das ist nicht schlecht, André, nicht schlecht. Für deine Verhältnisse immer nicht schlecht. Jetzt kannst du was lernen und weißt, wofür du heute Morgen aufgestanden bist. Na ja, hätte besser sein können. Entschuldige mich, unnahm meine Eltern. Was losgehe jetzt, komm. Oh, 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 oh. Jetzt kommt sie. Die Lilly kommt jetzt. Jungs, passt auf. Wenn das nicht wird, hey, passt auf. Na? Ja, gewonnen, gewonnen, gewonnen. Lass uns was trinken. Ja. Barbara. Ein Bierchen her. Die Jungs haben Durst. Wir haben doch jetzt die Weltmeisterschaft vor der Tür stehen hier. Jetzt können wir noch mal Folgendes machen. Danke schön. Jetzt können wir noch Folgendes machen, dass wir jetzt mal so ein bisschen tippen und dass wir dann mal gucken, was man macht. Erstmal zum Wohl. Zum Wohl. Auf Lilly. Lilly hat gewonnen. Auf alles, was schön ist. Auf uns. Auf uns. Auf uns. Letzeln, das, was auch jetzt kommt. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt einen Fußballtipp. Jetzt machen wir hier die Lilly hin, den Kozlowski, André und Halen. So, jetzt tippen wir die deutsche Gruppe. Deutschland spielt dreimal. Deutschland. Und jetzt, André, was wenige Spiele möchtest du tippen? Deutschland, Schwede. Die sind, Schwede ist nicht in unserer Gruppe. Konzentriere dich mal. Australien gegen Afrika. Nein, 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 nein. Pass auf, es geht jetzt nur um die deutsche Gruppe. Was machen wir jetzt? Hier vier, die gar nicht. So, ich sag mal, ich sag mal, ich tippe mal USA gegen Deutschland. So, hier kommt Heinzing, hier kommt die andere hin, hier kommt Herr Kozlowski und die andere. Also, ich tippe USA gegen Deutschland, 0, 3. Lilly, was tippst du? Ich würde sagen, 2, 2, unentschieden. 2, 2. Guck mal, dafür hast du richtig vom Knobeln Ahnung. Ich tippe nur 3, 2. 3, 2 für USA. Ja. 3, 2 für Herrn Kozlowski und André? 0, 4. Gut, 0, 4. Gut. Jetzt tippen wir das nächste Spiel. André, komm mal her. Stößchen. Auf uns. Stößchen. Auf alles, was schön ist. Ja. Auf alles, was schön ist. Auf uns. So. Nächster Gegner. Deutschland gegen Ghana. So, André tippt. Deutschland gegen Ghana. Jetzt. 1, 2. Was? 1, 2, rund. Also 2, 1. Okay. 2, 2. 2, 2. Herr Kozlowski. Lilli? 3, 1. 3, 1. Ich tippe 2, 0. So, jetzt kommt die letzte Geschichte. Deutschland gegen Cristiano Ronaldo. Portugal. Lilli, was tippst du? 2, 1. 2, 1. André? Ich auch, ne? Herr Kozlowski. Das wird schwer, André. Das wird schwer. 1, 2. Ich sag 1, 0. Jetzt machen wir Folgendes. Die Regeln. Nicht, dass es heißt, keiner wusste Bescheid. Also, der richtige Tipp gibt drei Punkte. Tendenz, Sieg, Niederlage, Unitschick, 1 Punkt. Dann machen wir eine Wertung. Erster bis vierter. Der erste und der zweite, das sind die Gewinner. Der dritte, der dritter wird, muss bei den anderen allen die Fenster putzen in der Wohnung. Und der vierte, und der vierte, muss den Rasen mähen und die Autos waschen. Aha. Ja? Okay. So. Prost. Auf die Fußball-Wähne. Auf die Fußball-Wähne. So. Sowohl. Ex und weg. Auf die Fußball-Wähne.